Hallo Leute und Willkommen an einer neuen Runde Minecraft PvP ich war eigentlich gerade schon mal runter aber hab uns vorsehen auf den Aufnahmeknopf gedrückt jetzt hat er aufgehört hat sich aufgehört und ich laufe klick 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 so jetzt kann ich Leute mit einem Stock verprügeln kleine Kettenhose an ich habe einen Stock wer will meinen Stock spüren das hat eigentlich schon längst angefangen ich hab auch schon ein bisschen erzählt aber nein dann hab ich auch so sehr auf den Aufnahmeknopf gedrückt und es hat aufgehört welche Map ist denn das nochmal? nicht die Militär Map oder? weil da kenne ich ein kleines Geheimnis man kann in dieses riesen Flugzeug was in der Luft schwebt was ich ziemlich cool finde oh was ich ziemlich cool finde ich brauche jetzt mal ein paar gute Sachen bevor ich gegen einen Spieler antrete obwohl es eigentlich schon immer mein Tod geheißen hat oh hä so so vielleicht hat er Angst vor mir ok ich hab Angst vor ihm ich hab Angst vor ihm lass mich einfach mal an dir vorbeihüpfen danke ich bedanke mich sehr dass du mich auch nicht verfolgst ich verprügel alle mit meinem Brot rot h nimm 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 und so Stock auswählen ich weiß gar nicht ob ein Stock mehr Schaden macht als die Hand könnte mir dann mal jemand in die Gründer schreiben was mir Schaden macht stock oder Hand Sehr viel Stöcke. Ich hab sehr oft Stöcke, aber keine Hand. Also schon eine Hand, aber ich weiß nicht, was ich nehmen soll dann. Da war gerade schon jemand drin, das hab ich gesehen. Wahrscheinlich ist da auch keine Küste mehr, oder? Ähm, nee. Was soll's? Blop, blop, blop. Hüpp, hüpp. Ich bin schon gut ausgerüstet mit, ähm, mit, 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 mit. Rüstung. Ah. Naja, wenigstens etwas. So. Tschüss. Oh, da ist jemand. Hey, da experimentiert jemand mit Sprengstoff. Die Fahrt, sag ich auch. Tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Hey, ich hab keinen Bock mehr. Ich hau jetzt ab. Weil ich sonst genau weiß, dass ich tot bin. Ich weiß ja schon, dass ich tot bin, aber sonst weiß ich's noch genau, oder? Weil ich's dann bin. Au. Hab ich's nicht gesagt? Ah, ich will... Der hat ein... Der hat ein Tierschwert. Und es war ein Team. Und für... Immer diese blöden Teams. Die nerven mich. Hä? Ich kann nicht sehen. Die nur... Danke. Warum... Jetzt. Du bist... Lauf, der Beste. Und wenn mir niemand ins Gesicht springt, natürlich. Jetzt bin ich mir ins Gesicht gesprungen. Du da. Und du da. Ich mag euch nicht. Ich springe euch alle gleich ins Gesicht. Ins Gesicht. Jetzt bin ich zu weit gesprungen. Egal, ich vorbei. Jui. Ah, schon wieder die Map. Wo ich grad so arg verkackt hab. Ich seh schon eine Kiste. Ich seh schon eine Kiste. Ich seh schon eine Kiste. Oh, er sieht sie auch. Er sieht sie auch. Er sieht sie auch. Oh. Nein! Wer will sterben? Ich bin besser ausgerüstet als sie alle. Wer will sterben? Oh. Okay. Hallo, aufsetzen. Ach so, äh. So. Ich glaube, ein Steinschwert ist besser als die Axt, oder? Lauf, 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 lauf. Lauf! Nein, 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 nein. Alter! Das riecht auf. Oh, die zwei Daumen im Team. Ach. Maul. Ich hol's ab. Mist. Mist. Hm. Juhu. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ich bin drin. Ich bin drin. Ich bin drin. In der Lobby. Ich meine, in diesem Spielding. Ich kann sehr sauer werden. Ich mache jetzt ein bisschen kaputt. Dich und dicht. Ich mache jetzt noch mal kaputt. Ich weiß schon, wo ich hinlaufen. Maul. 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 Ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt schon, dass alle sofort nie mit erinnern. Ja, die Map ist saugeil. Orio-Pokey? Jo. Ja, saugeil. Lustig, dieser Chat. Lauf. Lauf. Komm schon. Lauf, wenn ich jetzt eine Kiste gesehen hab, dann schreib mich nicht an. Lauf, 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 lauf. Kiste, scheiße. Lauf, 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 lauf. Ich weiß ja, dass ich nicht gewinnen werde, aber wer weiß, vielleicht bin ich wenigstens etwas gut. Ob ich da runter kann? Yolo, Yolo. Uuuh. Autsch. Uuuh. Nee, hier ist jetzt keine Kiste. Hip, 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 hip. Ich bin hier runtergegangen, weil ich dachte, hier ist irgendwo eine Kiste. Warum ist das Wasser hier grün? Hat jemand reingepinkelt? Iii. Ich pinkel ja nie ins Wasser. Nein, nicht nach außen. Nein, nein. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Bei dem es so aussieht, als ob ich super ausgerüstet bin. Als ob ich Diamantrüstungen hab. Wenn ich so ein Skin hätte, hätte mich niemand mehr hier angegriffen, als ich alle Angst hätten. Ich kann nicht sehen. Es ist so dunkel. Tschüss. Ist das schon hier? Nein, jetzt nicht runterfallen. Wenn man die Wand hüpft, dann hüpft da. Oh. Hüp. Ah. Hüp. 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 Ich bin ich eigentlich noch relativ sicher. Komm schon. Weh, ich komm jetzt nicht. Oh, maaan. Hey, ich bin ja am Anfang. Da ist der ausgerüstete Spieler, der mich verfolgt. Oh, oh. Er ist immer noch da. Er guckt in alle Kisten, damit er mich fertig machen kann. Ich habe gar nichts außer meine Faust. Weil ich check nur, ob ich Schwein bin. Oh, man. Ich glaube, ich laufe nur noch und mache nichts anderes mehr. Nein. Autsch. Lauf einfach. Bitte. Lauf. Lauf, mein kleines Stück neues Schweinchen. Hüp. Weil ich mal auch zwischendurch kann zu hüpfen. Oh, manche Angst. Ist da irgendwo eine Kiste? Nö. Oh, doch. Klick, klick. Ich vertraue meiner Faust. Ich vertraue meiner Faust. Oh, ich habe bestimmt noch niemand gesehen. Tollenbogen. Jetzt brauchen wir nur noch Pfeile. Oh, Mann. Wie soll ich die jetzt hier erkriegen? Nein, da wird es beginnen in 60 Sekunden. Scheiße. Da oben ist doch eh nichts. Ich will wenigstens sterben, bevor das Deathmatch beginnt. Ich habe nichts. Oh, oh. Da ist er wieder. Lauf! Alter, was hat die denn für einen starken Bogen? Das ist die Militärmap? Was? Kann man ja gar nicht sein. Das wäre doch hier oben dieses Riesenfugzeug. Oh nein. Lasst mich hierher. Okay, eine Runde noch. Eine Runde noch. Eine einzige Runde noch. Danke. Lauf. Lauf. Letzte Runde. Danach habe ich keinen Bock mehr. Keinen Bock. Null Böck. Danach habe ich null Böck mehr. Fuck. Ich meine, bist du? Hab bist du? Wer bist du? Fuck. Oh, Amerika. Kannst du mich sehen? Wie ich hier voll verkacki... Hey, Duda. Hey, Duda. Slender. Slender-Idiot. Slender-Spassi. Okay. Letzte Runde beginnt. Ausrichtung. Ist das die... Die Fliege nervt, die Summ zu. Ist das die... Fuck yeah. Na 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 na. Fuck yeah. Okay, dieser App will ich immer und immer wieder spielen, weil ich hier ein Geheimnis weiß. So, wirst du wissen, wo der Ding ist? Wo der, äh, wo das Flugzeug ist, der riesige, dieser Jumbo. Und ich weiß, wo der ist, dann habe ich's. Ich weiß nicht, dass da viele Kisten drin sind. Und von hier müsste ich ihn eigentlich immer sehen können. Der war oben auf einem Berg. Mr. Jumbo. Ah, da ist er ja. Da ist er ja. Da ist er. Oh, da geht ein ausgerüsteter Spieler hin. Ein Spieler hin. Oh, da ist ein ausgerüsteter Spieler. Spieler. Oh, da ist noch ein Spieler. Ich sollte lieber wahaha teen. Oh, noch ein Spieler, noch ein Spieler, noch ein Spieler, noch ein Spieler. Oh, sie bekämpfen. Oh, noch ein Spieler, noch ein Spieler. Ich muss eigentlich nur da hochkommen, aber in, äh, Blöcke hüpfen bin ich ziemlich langsam. Okay, ich weiß nicht, ob mich jetzt jemand verfolgt. Ich hoffe einfach mal, dass das gerade nicht der Fall ist. Hüp, 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 hüp. Ach, Mann, noch eine Kiste, hey. Und gleich kann ich nicht mehr laufen, hey. Ich sterbe gleich den Hungertod, hey. Ne, ich sterbe gleich den Spielertod. Autsch. Scheiße. Okay. Ich geb euch keinen Bock mehr auf Minecraft. Muss ich echt mal sagen. Was? Was diese? Mach scheiß drauf. Ich beende jetzt die Folge mit dem Stock in der Hand, der falsch aussieht. Also, nehm ich lieber nichts in die Hand. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Und klick. Äh, ich meine und klick. Tschüss.